so leute und damit willkommen zur ersten runde hg auf meinem kanal ja leute und damit willkommen zu einer runde hg und zu einer runde hg auch simpel ja leute und damit willkommen zu einer neuen runde hg so leute und damit willkommen zu einer runde hg auf meinem kanal hey leute und damit Willkommen zu einer neuen Runde HD auf meinem Kanal Jo Leute und damit Willkommen zu einer neuen Runde HG auf meinem Kanal. Hey Leute und damit Willkommen zu einer neuen Runde HG auf meinem Kanal. Jo Leute und damit Willkommen zu einer neuen Runde HG auf meinem Kanal. Jo Leute und damit Willkommen zu einer neuen Runde HG und zwar mit Anker Handcam. Jo Leute und damit Willkommen zu einer neuen Runde HG. Ich hätte zwar den Start verpasst, aber zum Glück bin ich noch rechtzeitig da. Jo Leute und damit Willkommen zu einer Runde HG. Heyo Leute und damit Willkommen zu einer neuen Runde HG auf meinem Kanal. So Leute und damit Willkommen zu einer Runde HG. So, da ist der erste Gegner. Wir gehen einfach mal mit ihm rein. Ich denke, wir können eigentlich tanken und... So. Alles. Oh, ist ja ausgeflogen. Jetzt mach ich die Hilfe. Danke, dass du killst. Erst Eingebote, erst Eingebote, erst Eingebote, erst Eingebote, erst Eingebote, auf jeden Fall Memberl und Profi, Profi und da haben wir einen Full Iron Farmer, einen Viking und der hat mehr scharf als dir. Ja. Der läuft nach... Und wir haben eine SCT, Leute. Kill, weil er will win-win und kill. Also keine Ahnung. Wir haben eine SCT, Leute. Es gibt ein Update auf Simple und zwar Kit Rotation. Das heißt, jeder hat am Anfang ein paar Kits und dann kann er immer wieder, so jeden Tag ein paar Kits ziehen. Titi. Junge, der hat getankt, man. Bis zur letzten Suche. Ah. Fertig. Das sind die Oberfläche. Wie ist denn sein? Vielen Dank.